Hallo und herzlich willkommen zum Tagesorakel für den 3. Dezember und wir haben zehn Stäbe, es geht um Aufbruchstimmung, es geht ein Stück weit darum, etwas auch loszulassen, etwas zu verarbeiten, wieder in die eigene Aktivität hineinzufinden, heute im Verlauf des Tages. Ja, also schon eine durchaus wichtige Karte, die hier kommt, die uns wirklich sagt, Neuanfänge müssen wir machen, vielleicht sind uns auch ein paar Dinge über Kopf gewachsen, das ist auf jeden Fall mal so das Erste, was hier jetzt herauskommt. Was haben wir noch dabei? Wow, fünf Stäbe, also es wird ein stabreicher Tag heute werden. Also es kann der Gewinn sein, aber es wird ein bisschen Weckkampf geben, vielleicht auch eine kleine Rangelei oder eine kleine Diskussion, die ihr vielleicht im Laufe des Tages führen werdet, also stellt euch darauf mal kurz ein. Der Abend zeigt sich aber dann mit den Liebenden hier wieder ganz harmonisch, also es wird ein bisschen stressig, vielleicht auch eine leichte Überforderung dabei, aber seid ihr sicher, du bist genau auf dem richtigen Weg. Ja, und heute ist auch die letzte Möglichkeit, sich für den Portalkorridor nochmal anzumelden, es sind noch ein paar Plätze frei geworden, es haben welche, ja, den Schwanz eingezogen, sagen wir es jetzt mal so, deshalb sind ein paar Plätze frei geworden, schreibt mich an, am besten über WhatsApp, geht am schnellsten und dann können wir das klären, wenn ihr noch dabei sein wollt, denn da geht ja schließlich los, auch der letzte Tag, Tag, um noch bei der Zeremonie der Heiligen Barbara dabei zu sein. Wunderbar, ich freue mich auf euch, freue mich von euch zu hören heute, natürlich auch für eine kurze Frage bei WhatsApp mit der Expressberatung und natürlich können auch Termine vereinbart werden. Ich bin nur noch hier erreichbar, also nutzt es aus und ich freue mich auf euch einen wunderschönen Dienstag. Ciao, euer Michael.